19.30 Uhr, Zeit für die hessenschau. Hallo und herzlich willkommen. Es geht heute u.a. um Erfolg. Erdölvorkommen in Riedstadt übertrifft alle Erwartungen. Was bedeutet diese Sensation? Ein Gießener Politikstudent stürmt die Spotify-Charts. Seinen Erfolg feiert er bescheiden. Er hat noch sehr viel vor. Und es gibt Ärger nach einer AfD-Wahlkampfveranstaltung. Am vergangenen Wochenende treffen sich rund 40 AfD-Mitglieder aus Gießen und dem Vogelsberg im Dorfgemeinschaftshaus in Rabenau-Galshausen. Etwa doppelt so viele Gegendemonstranten sind auch da. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es ist eine Unsitte geworden, in unserem Land Personen oder aktuelle Entscheidungen mit der Hitlerzeit zu vergleichen. Auch in Rabenau gibt es einen Nazi-Vergleich. Und der hat Folgen. Der Dr. Mengele ist auch da. Ja, ich sehe es hier. Was haben Sie gemeint mit Mengele? Ja, da steht er. Dieser Verbrecher hat für die Impfpflicht gestimmt. Wen der Mann meint, ist den SPD-Bundestagsabgeordneten Felix Döring, der auf der anderen Seite gerade zu einer AfD-Gegendemonstration fährt. Ein Nazi-Vergleich. Döring wird mit dem SS-Lagerarzt und Nazi-Kriegsverbrecher Josef Mengele gleichgesetzt. Der SPD-Mann bekommt davon zunächst nichts mit. Im Netz wird darüber heftig diskutiert seit dem Wochenende. Erst später erfährt Döring von Freunden, was passiert ist. Dann ist bei mir eigentlich sehr schnell der Entschluss gefallen, sowas werde ich auf keinen Fall hinnehmen und mit mir machen lassen. Und ich finde, man ist nahezu dazu verpflichtet, sowas zur Anzeige zu bringen. Ein Eklat zum Wahlkampfauftakt der AfD-Kreisverbände Vogelsberg und Gießen. Joachim Schäfer hat am Samstag alles gefilmt. Im Bistum Limburg arbeitet der 61-Jährige für das Jugendbildungsprojekt Hessen-Cham zur Demokratieförderung. Der Pastoralreferent nahm eine extrem aggressive, undemokratische Stimmung wahr. Alles ist erlaubt. Man hat das Gefühl, man ist in der dunkelsten Kneipe am Stammtisch und jetzt kann man mal so richtig die Sau rauslassen. Und dann darf da ruhig Dr. Mengele kommen, da darf Flüchtlinge kommen. Oder man darf sich selbst sogar stolz als Nazi bezeichnen. Was stört Sie zu bezeichnen? Ich bin Nationalsozialist. Ja. Und was ist das für eine Stimmung im Land, die da wieder zu wachsen scheint, fragen sich viele. So etwas hörte man bislang vor allem auf Querdenker-Demonstrationen wie hier in Kassel im März 2021. Oder bei Pegida-Protesten. Ein übles Vokabular, auch von AfD-Sympathisanten. Gilt dieser Umgangston nun auch für AfD-Veranstaltungen? Dieser Mann behindert den Journalisten Schäfer immer wieder. Er ist mit dem selbsternannten Nazi offenbar vertraut. Und selbst ist er AfD-Kandidat für das Bürgermeisteramt in Ulrichstein. Raus! Vorsicht, immer ruhig. Die Fraktionsspitze der AfD will mit den zwei Nazi-Vergleichen und den Ausfällen nichts zu tun haben. Heute nur ein Statement von Landtagsspitzenkandidat Robert Lambrou. Nachfragen unerwünscht. Die AfD hat die Äußerungen der beiden Männer bereits am Sonntag aufs Schärfste verurteilt. Beide Männer sind keine Parteimitglieder. Und wir prüfen aktuell rechtliche Schritte gegen sie. Welche genau, ist noch unklar. Rechtsextremismus-Experten sehen eine neue Ebene der Verrohung in der politischen Auseinandersetzung. Wenn man aus der Wissenschaft die Entwicklung beobachtet, dann ist man nicht überrascht. Weil wir haben eine zunehmende Radikalisierung, auch eine Verwahrlosung in der Sprache. Aber dass das so quasi explodiert, dass man sich getraut, auch Nazi-Begriffe zu verwenden in dieser Öffentlichkeit, das ist in der Tat auch ein neues Phänomen. Für manchen in der AfD sind das nur Einzelfälle. Für Joachim Schäfer ist das, was er in Rabenau-Geizhausen erleben musste, kein gutes Zeichen vor der Wahl im Oktober. Die Inflation in Europa und auch bei uns in Deutschland ist ja immer noch ziemlich hoch. Also hat die Europäische Zentralbank, die ja in Frankfurt zu Hause ist, den Leitzins auf 4,25% hochgesetzt. Davon müsste ja auch eigentlich was bei den Sparern ankommen. Tut es aber nicht, zumindest bei den regionalen Banken nicht. Die haben nicht die Zinsen erhöht. Und wir fragen uns, warum eigentlich nicht? Wer hier bei der Stadtsparkasse Grebenstein Tagesgeld anlegen möchte, sollte lieber etwas mehr Geld einpacken. 0,0001% Zinsen. Bei 10.000 Euro wären das nach einem Jahr 1 Cent. Die Kunden nicht gerade begeistert. Alle Banken binden was an und hier kriegt man gar nichts. Und vor allen Dingen mittlerweile schon seit über einem Jahr, wo die Zinsen hochgehen. Und man folgt denen aber auch nicht im geringsten. Und dann sagt man ja, die meisten Leute sagen ja dann, warum soll ich denn, wenn die überhaupt Geld haben, zur Bank bringen? Eine Stichprobe des HR zeigt, gerade regionale Banken wie Volks-, Raiffeisenbanken und Sparkassen halten sich bei Geldanlagen ohne feste Laufzeit auffällig zurück. Allein in Hessen bieten von rund 80 immer noch 13 Banken keinen klassischen Tageszins auf bestehende Einlagen. Trotz eines hohen Leitzinses von über 4%. Sie zeigen sich so knausrig, weil sie es eben können. Es gibt keine Verpflichtung des Banken, die Zinsen weitergeben müssen. Und der Blick auf die Banken zeigt, es sind oft die regionalen Banken, die möglicherweise entweder auf die Loyalität oder auf die Bequemlichkeit ihrer Kunden bauen. Und denken, selbst wenn ich jetzt die Zinsen nicht weitergebe, ist es den Leuten wichtiger, die Bank vor Ort zu haben, wo man die Mitarbeiter kennt, als eben zu einer anonymen Großbank zu wechseln und dort niemanden mehr zu kennen. Angebote von anderen Banken gibt es viele. Ein wahrer Zinswettbewerb ist ausgebrochen, gerade beim Tagesgeld. Aber zu ihren Mini-Zinsen möchte sich keine der betroffenen Banken vor der Kamera äußern. Schriftlich bekommen wir Antworten wie diese. Der Stadtsparkasse Grebenstein geht es gerade nicht um Lockvogel-Angebote im Tagesgeldbereich, um kurzfristiges Geld von außerhalb unseres Geschäftsgebiets ins Haus zu lenken. Derartige Kunden von außerhalb, die nur nach dem vermeintlich besten Angebot suchen, sollten das Kleingedruckte in den Verträgen lesen, da die Tagesgeldangebote anderer Anbieter fast immer an Auflagen gekoppelt sind. Tagesgeld, also nur ein Lockvogel, um neue Kunden zu gewinnen? Ganz so einfach sei das nicht, sagen Verbraucherschützer. Die Höhe von Tageszinsen kann sich zwar ständig ändern, als Ort für die Notkoschen sei ein Tagesgeldkonto aber jedem zu empfehlen. Bei den Angeboten heißt es genau hinschauen. Wir haben so ein lebhaftes Zinsumfeld, so einen lebhaften Zinsmarkt. Und das ist wirklich wichtig im Moment, einen Überblick zu haben und zu sagen, mein Tagesgeldkonto, das sollte mir auf jeden Fall etwas bringen. Die gute Nachricht, Zinsen auf fest angelegtes Geld gibt es mittlerweile bei jeder Bank. 2-3% sollten nach Experten für jeden drin sein. Ja, wir haben Erdöl in Hessen und das Vorkommen übertrifft alle Erwartungen. Okay, wir werden kein Erdöl-Gigant von Weltruhm. Das kann man schon mal sagen. Aber es ist ziemlich spannend, was da in Riedstadt im Moment zutage gefördert wird. Es ist eine Sensation, mit der hier keiner gerechnet hat. Man ist auf ein neues Ölvorkommen auf dem Bohrfeld Schwarzbach II gestoßen. Eigentlich war die Ölförderung schon in den 1990ern zu Ende. Doch in den vergangenen Jahren konnte man dank neuster Technik Kilometertief unter die Erde schauen und so qualitativ hochwertiges Öl aus der Tiefebene pumpen. Seit 2011 untersucht die Firma Rhein Petroleum hier den Boden nach dem hochwertigen Öl. Das Erdöl in Schwarzbach hier zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders leicht und süß ist. Das heißt, es hat sehr wenig Schwefelgehalt und hat deswegen sehr hochqualitative Bestandteile. Das schwarze Gold hat im hessischen Ried eine lange Tradition. Im Jahr 1953 ist man bei einer Tiefe von ca. 1500 Metern auf ölhaltiges Gestein gestoßen. Damals wurden in Riedstadt schon 25.000 Tonnen Erdöl gefördert. Das sogenannte Sweet and Light Erdöl soll heute weder verheizt noch verbrannt werden. Es ist sehr rein und dadurch vor allem für die industrielle Weiterverarbeitung vorgesehen. Dort wird das Öl für Medikamente, für Isolationsstoffe in der Gebäudetechnik zum Beispiel gebraucht, für Textilien, Plastik, für Produkte des täglichen Lebens. Und deswegen brauchen wir hochwertige Öle, die dann entsprechend zu Endprodukten weiterverarbeitet werden können. In bis zu 1700 Metern Tiefe werden momentan die neuesten Messungen und Tests durchgeführt. Was bisher bekannt ist, die geologische Struktur ist stark erdölführend und somit vielversprechend für die Betreiber aus Hessen. Denn das heimische Erdöl hat nicht nur eine gute Qualität, sondern im Gegensatz zum importierten Erdöl auch eine viel bessere CO2-Bilanz. Wir glauben, dass wir auch dem Klimawandel entgegentreten können, indem wir das Öl hier lokal fördern. Wir brauchen unser Öl nicht über die Weltmeere zu schiffen, um es hier in die Raffinerie zu bringen, sondern können das produzierte Öl hier relativ schnell und direkt in die Raffinerie verbringen. Friedstadt ist der einzige hessische Erdölförderstandort und wird jetzt noch bedeutsamer. Bis zu 100.000 Liter Öl werden pro Woche in die Raffinerie nach Karlsruhe transportiert, um sie dort weiter zu verarbeiten. Und wir kommen zum Thema Gesundheit. Auch in Fulda werden in Zukunft Ärztinnen und Ärzte ausgebildet. In den Nachrichten mit dir, Claudia. Am Fulda-Klinikum ist heute offiziell ein Campus eröffnet worden, der mit der Unimedizin Marburg zusammenarbeitet. Ab dem kommenden Wintersemester sollen bis zu 185 Studierende ihre klinische Ausbildung in Fulda machen können. Das Land hat das Projekt bisher mit 41 Mio. Euro gefördert. 20.000 neue Kita-Plätze, 60.000 neue Wohnungen und ein Klimatransformationsfonds für die Wirtschaft. U.a. mit diesem Programm ziehen die hessischen Grünen in den Landtagswahlkampf. Heute wurde die Plakatkampagne vorgestellt. Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir will Ministerpräsident werden und wirbt dafür auch auf 1.000 Großflächenplakaten. So viele wie nie zuvor. Al-Wazir zeigte sich bei der Vorstellung der Motive optimistisch, dass die Grünen noch stärkste Kraft werden können. Er spüre und sehe eine motivierte Partei. Insgesamt gibt der Landesverband 1,5 Mio. Euro für den Wahlkampf aus. 50% mehr als vor 5 Jahren. Bisher ist der Kassel Airport ein Regionalflughafen. Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir von den Grünen denkt jetzt laut darüber nach, den Airport zu einem Verkehrslandeplatz herabzustufen. Man wolle damit laut Wahlprogramm Kosten und Nutzen in Einklang bringen. Bei den anderen Parteien kommt die Idee gar nicht gut an. SPD und CDU finden den Airport wichtig für Nordhessen. Und die Industrie- und Handelskammer sagt, wenn der Flughafen heruntergestuft werde, seien die Urlaubsflüge ab Kassel in Gefahr. Bei einem Unfall ist es wichtig, dass die Rettungskräfte schnell über alles im Bilde sind. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach dem Lahn-Dill-Kreis und Gießen kommt jetzt auch im Odenwald-Kreis eine Software zum Einsatz, die die Handykameras von Ersthelfern nutzt. Die Software ermöglicht über das Mobiltelefon die exakte Ortung sowie den Zugriff auf die Handykamera des Hilfesuchenden, um die Lage vor Ort einzuschätzen. Das funktioniert ohne zusätzliche App. Hat der Anrufer über die 112 die Rettungsleitstelle erreicht, sendet die eine SMS mit einem Link. Der Browser des Handys stellt über diesen Link dann die Verbindung her. Ein Paket mit Kokain hat ein 86-jähriger Mann aus Hünfelden fälschlicherweise erhalten. Der Mann hatte von einem Paketzusteller ein Paket ohne Absender entgegengenommen. Als er dieses öffnete und den Inhalt sah, verständigte der Mann die Polizei in Limburg. Und die fand in der Postsendung knapp über 90 g Kokain. Die Drogen im Wert von ungefähr 7.000 Euro wurden sichergestellt, die Kriminalpolizei ermittelt. Die HR-Rad-Tour startet in 2 Tagen in Nordhessen. Die Strecke wird in Edermünde extra über eine ganz besondere Brücke gehen. Diese Brücke ist heute Walter Lübcke gewidmet worden. Die Gemeindevertretung von Edermünde möchte damit dauerhaft an den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten erinnern. Die HR-Rad-Tour wird nicht nur über die Aluminiumbrücke, sondern auch über ein neues Teilstück des Eder-Radwegs führen. Ja, Radeln für die Erinnerung. Das war es für Nachrichten, Christi. Danke schön, Claudia. Wasser wird immer knapper. Und die Zeiten, in denen wir verschwenderisch damit umgegangen sind, die sind lange vorbei. In unserer Serie diese Woche haben wir zum Beispiel gezeigt, wie viel Wasser für die industrielle Produktion benötigt wird. Und heute sind wir bei K plus S, Kali und Salz. Seit Jahren leitet ja diese Firma salzhaltiges Abwasser in die Werra ein. Und wir gehen der Frage nach, kann denn so eine Katastrophe wie das große Fischsterben in der Oder im vergangenen Jahr auch passieren bei uns? Gesünder sollen unsere Flüsse werden. Hessen ist auf dem Weg, renaturiert an vielen Stellen. Teils gemeinsam mit anderen Bundesländern und Unternehmen, wie beispielsweise an der Ulster, etwa unter der Führung von K plus S. Ziel ist eine bessere Wasserqualität und eine höhere Artenvielfalt. Wie schnell die Lage in belasteten Gewässern kippen kann, zeigte sich vergangenes Jahr in der Oder. 1000 Tonnen toter Fisch, den Tieren blieb die Luft weg. Der BUND befürchtet ganz ausdrücklich, dass uns genau ein solches riesiges Fischsterben droht. Es gibt nämlich drei Faktoren, die die Sache auslösen. Das sind hohe Salzgehalte, hohe Wassertemperaturen und eben die sogenannte Goldalge. Zwei der Faktoren sind da. Wenn die Goldalge eingeschleppt wird, ist die Katastrophe nicht mehr abzuwenden. Der Kali-Salzberg im nordhessischen Hattdorf. Baustellenbesichtigung. Es geht um innovativen Gewässerschutz. Der Düngermittelhersteller K plus S versucht hier, die negativen Folgen seiner Salzgewinnung einzudämmen. Denn quasi jeder Tropfen, der auf die Halde fällt, verursacht mehr Salzabwasser. Die Strategie also, überall wo neu aufgeschüttet werden soll, wird zuerst der Boden versiegelt zum Grundwasserschutz. Und der alte Salzberg wird abgedeckt und begrünt. Das ist 100% dicht. Dafür sorgt dann schon die Kunststoffdichtungsbahn, die als unterste Schicht direkt auf dem Salzkörper liegt. Die sind verschweißt, das ist zertifiziert, das ist kontrolliert, jede einzelne Schweißbahn. Über 100 Jahre soll das Ganze mindestens halten. Allerdings, bis die gesamte Halde abgedeckt ist, dauert es noch Jahre. K plus S und die zuständige Genehmigungsbehörde tüfteln noch an einem dauerhaft sicheren Weg, auch die Flanken des Salzbergs zu bedecken. Eine Herausforderung, weil die steil und instabiler sind als das Plateau. Rund 3 Millionen Kubikmeter Haldenabwässer werden in die Werra geleitet. Von hier aus verbreiten sich die Salzabwässer. Die Werra bildet zusammen mit der Fulda die Weser. Die Bundeswasserstraße zählt zu den salzigsten Flüssen Europas und mündet bei Bremen in die Nordsee. Die verheerenden Auswirkungen von Salz und all den anderen Chemikalien aus Industrie, den Kläranlagen und der Landwirtschaft erforschen die Biologen für Fließgewässer Ökologie im Senckenberg-Institut in Gellenhausen. Hier eine Probe aus einem unter anderem mit Salz belasteten Gewässer. Was wir sehen ist, dass wir sehr, sehr viele von diesen kleinen gelblichen Tieren rumschwimmen, also in dieser Probe sind, das sind kleine Bachflohkrebse. Da sind sehr, sehr viele davon da, aber von anderen Arten sehen wir nur hin und wieder mal welche. Schon relativ geringe Mengen von Salzen, also Chloriden, haben drastische Auswirkungen. Also man muss dann unterscheiden. Chlorid selber kann tatsächlich eine direkte Wirkung haben. Das macht den Organismen dann physiologischen Stress im weitesten Sinne. Das kann aber auch eine indirekte Wirkung haben. Und indirekte Wirkung heißt dann, dass das Chlorid dafür sorgt, dass die Algengemeinschaften in den Gewässern sich verändern. Mit einer veränderten Algenfauna wird die Nahrungssuche und das Überleben besonders für kleinere Tiere schwerer. Artenarmut ist auch schon in der Werra und Weser die Folge. Die Biologin plädiert deshalb grundsätzlich für eine möglichst geringe Einleitung von Salzabwässern. Eine grundlegende Zäsur peilt K plus S für 2028 an. Dann werden keine hochkonzentrierten Produktionsabwässer mehr in die Werra eingeleitet, sondern nur noch die Haldenabwässer. Der Fluss wird dadurch deutlich weniger strapaziert. Aber die Frage bleibt, ist ein Szenario wie an der Oder auch in Werra und Weser denkbar? Ausschlaggebend für das Fischsterben waren die sogenannten Goldalge und die ungleichmäßige Salzeinleitung. An der Werra muss man wissen, da wird ja salzhaltiges Abwasser ganz gleichmäßig eingeleitet. Also wir haben eine gleichbleibende Konzentration. Wir haben eine stabile Lebensgemeinschaft, die sich auf diese salzigen Verhältnisse eingestellt hat. Und da ist es ja unwahrscheinlich, dass sich ein Organismus auf einmal sprunghaft vermehrt und damit die Oberhand gewinnt. Und dann ein Fischsterben infolge der Gifte, die durch die Alge ausgestoßen werden, dann auch auslösen kann. Umweltschützer vom BUND sehen das anders. Norbert Norgal fordert mehr Überwachungsmaßnahmen. Denn die Goldalge könne sich auch in der Werra verbreiten. Mit dem großen Fischsterben an der Oder hat hier eine neue Zeitrechnung begonnen. Vorher konnte sich niemand vorstellen, dass so etwas passiert. Und jetzt muss man neu denken. Und da müssen auch die alten Pläne komplett neu durchdacht werden. Wir müssen als allererstes auch etwas dafür tun, dass nicht aus Unachtsamkeit die Goldalge überhaupt eingeschleppt wird. Und wir müssen weiter darauf vorbereitet sein, was passiert denn, wenn die Katastrophe dann doch eintritt. Mit diesen Sorgen ist der BUND nicht alleine. Ähnliche Forderungen gibt es auch vom Bundesumweltministerium. Im hessischen Umweltministerium sieht man die Sache gelassener. Auch weil derzeit keine Daten für ein Vorkommen der Goldalge in der Werra sprechen. Grundsätzlich wolle man aber natürlich weiter gemeinsam mit K plus S die Wasserqualität verbessern. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das ist kein Prozess, der von jetzt auf gleich funktioniert. Sondern wir müssen ja auch das Unternehmen mitnehmen. Wir wollen auch die Arbeitsplätze erhalten. Wir wollen da Ökonomie, Ökologie in guten Einklang bringen. Nach über 100 Jahren Salzbergbau geht K plus S innovative Wege. Haldenabdeckung und Abwasserreduktion geben Hoffnung für den Gewässerschutz. Aber es bleibt ein Drahtseilakt zwischen Wirtschaft, Wasserschutz und Umweltschäden. Yasin Serhat war Politikstudent und hat von seinem WC-G-Zimmer in Gießen aus die Spotify-Charts erobert. Er feiert ziemlich bescheiden diesen Erfolg. Seine Musik unter dem Namen Millennium Kid findet ein immer größeres Publikum. Mittlerweile über 8 Millionen Mal wurde dieser Song schon auf Spotify gestreamt. Unendlichkeit von Millennium Kid alias Yasin Serhat aus Gießen und Musiker JBS. Ein überraschender Erfolg. Man ist irgendwie immer noch der gleiche Typ, der einfach in seinem WG-Zimmer gehockt hat. Und man macht Musik. Man bringt einfach nur sein Herz irgendwie in die Musik rein. Und dann bringt man es halt auf Spotify raus. Und auf einmal sind dann wirklich einfach Leute, die einen anschreiben auf Instagram und sagen, ey, der Song gefällt mir so mega. Ich will euch auf der Hochzeit haben von mir. Ein Spotify-Hit produziert in einer kleinen gemütlichen WG. Yasins Mitbewohnerinnen sind, wie sie selbst sagen, die härtesten Kritikerinnen des Künstlers. Seine Erfolge, wie etwa der Einzug in eine neue, viel gestreamte Playlist, feiern sie gemeinsam. Häufig mit Kuchen. Wir können gar nicht so viel backen, wie irgendwie gerade was passiert. Also total verrückt irgendwie. Doch, aber bei den großen Sachen hundertprozentig. So irgendwie, dann nochmal essen gehen zusammen oder einfach zu sagen, heute Abend wird getrunken zusammen in der Küche, weil es einfach wieder was Krasses erreicht wurde. Ich gebe nicht auf, bis du meine Liebe willst, kann das alles nicht verstehen, was ist passiert. In der Schule flog Yasin aus der Gitarren AG, weil er zu schlecht war, brachte sich später selbst bei Digital Musik zu produzieren. Während der Pandemie machte er genau das. Online mit Fremden. Der Song Unendlichkeit wurde zum TikTok-Trend und 20.000 Mal von Nutzern in Videos verwendet. Nicht unüblich, sagt Musikwissenschaftler Max Alt. Wenn jetzt eine Single veröffentlicht wird auf Spotify, die vielleicht noch nicht so oft gehört wird und zeitgleich dieser Song oder ein Ausschnitt des Songs bei TikTok stattfindet und viral geht, bearbeitet wird, dann kann das natürlich auch zu gesteigerten Klickzahlen auf Spotify führen. Und dann kann sich auch sowas wie ein Schneeball-Effekt einstellen. Max Alt forscht an der Uni Bonn unter anderem zu Zusammenhängen, von Technologie und Popmusik. Das große Geld liege nicht auf den Streaming-Plattformen. Also wenn man Geld verdienen möchte mit Musik auf dem derzeitigen Musikmarkt, dann definitiv im Live-Geschäft, weniger durch Streaming. Und Millennium Kid plant Live-Auftritte, hat einen Vertrag mit einem großen Musiklabel unterschrieben. Produzieren möchte er weiterhin mit denselben Freunden und setzt auf die großen Gefühle. Ich bin total sensibel, ich habe Gefühle. Ich glaube einfach so in der heutigen Gesellschaft, das ist einfach so ein Schubladendenken, was überholt ist, dass so jeder Mann keine Gefühle hat oder jeder Mann irgendwie eiskalt ist. Und das versuche ich dann auch in meinen Songs zu zeigen. Und das wird er auch weiterhin. Ende des Jahres soll die erste Platte kommen. Von Millennium Kid aus Gießen. Die Frankfurter Zeil ist vielleicht keine Schönheit, aber sie ist eine der erfolgreichsten Einkaufsstraßen in ganz Deutschland. Ganz, ganz viele Besucher sind dort. Vom Anzug bis zur Zahnpasta gibt es alles. Man kann auch ziemlich entspannt dort flamieren, denn seit genau 50 Jahren ist die Zeil Fußgängerzone. Und das feiern wir. Happy Birthday! Herzlichen Glückwunsch! Ja, ja, herzlichen Glückwunsch! Alles Gute zum Geburtstag! Wir sagen Glückwunsch und danke und alles Gute! Die Frankfurter Zeil. Über 800 Jahre alt, 1,2 Kilometer lang und ein echter Wirtschaftsfaktor. Heute vor 50 Jahren wurde die bis dahin vierspurige Straße für die Autos dauerhaft gesperrt. Nur die Straßenbahn fuhr noch. Die Idee? Ein Fußgängerparadies schaffen. Ernst Gerhard war damals an der Entscheidung beteiligt. Der 101-Jährige war Stadtkämmerer und für die Finanzen zuständig. Ja, das war eine gewaltige Umstellung. Manche haben das begrüßt, weil sie ein bisschen was gegen die Autos hatten. Und andere haben es als Nachteil empfunden. Vor allem die Anwohner in der Bleichstraße. Denn hier musste der Verkehr durch. Täglich 28.000 Autos. Half alles nichts. Die Zeil blieb eine Fußgängerzone. Und 1982 aufgehübscht mit einer Doppelreihe Platanen. Und kurz darauf fuhr auch keine Straßenbahn mehr. An Kriminalität hat die Geschichte der Zeil auch einiges zu bieten. 1994 schießt ein Mann mit einer Maschinenpistole um sich. Ein Mensch stirbt, zwei werden verletzt. Im gleichen Jahr die Peanuts-Affäre. Jürgen Schneider, der Bauherr der Zeilgalerie, prellt die Deutsche Bank. Und ständig wurde gebaut. Ott und Heinemann weg. Die Post 1998 leer. Und auch das Traditionskaufhaus M. Schneider kurz vor der Schließung. Die großen Ketten haben übernommen. Doch nach Corona und den gestiegenen Energiekosten sitzt der Geldbeutel nicht mehr ganz so locker. Zuletzt schließt auch noch eine Karstadt-Filiale. Vor allem Richtung Konstab-Lavache herrscht Leerstand auf der Zeil. Ich gehe ab und zu mal in die Innenstadt was Köstliches zum Mittagessen. Und da hat man es mit Geschäftsleuten zu tun, die besorgt sind um die Funktionsfähigkeit der Innenstadt. Dass sie Vielfalt bleibt, dass sie für Menschen attraktiv bleibt. Und dass sie auch eine Fülle von Angeboten bereithält, was eine Innenstadt prägt. Und auch der Ruf der Zeil ist nicht mehr ganz so makellos. Abends gehe ich hier gar nicht mehr her, da ist es mir zu gefährlich, sage ich ganz ehrlich. Also meine Freundin würde ich alleine hier nicht rumlaufen lassen. Und ich habe mal selbst hier gearbeitet und das Publikum wird auch immer schlimmer. Also ich finde es eigentlich, ich gehe hier nur durch, weil ich hier durch muss. Aber vielleicht wird es ja nochmal so schön wie vor 50 Jahren, als die Zeil zu einer der ersten Fußgängerzonen Deutschlands wurde. Und wir sind wieder zurück in unserem Studio. Hier ist es auch ganz schön, aber wir wollen raus zu Ihnen. Das machen wir auch. Am Donnerstag und Freitag sind wir im Osten und Norden Hessens unterwegs und senden die hessenschau live vor Ort. Die hessenschau kommt zu Ihnen in die Region. Raus aus dem Studio, rein ins Leben. Kommen Sie vorbei, wenn Sie sehen wollen, wie wir eine halbe Stunde Nachrichten aus Hessen live senden. Wir freuen uns auf Sie. Am Donnerstag machen wir Halt in Rothenburg. Und am Freitag in Witzenhausen. Los geht's um 16 Uhr rund um die Marktplätze. Mit dabei auch die Kollegen von Hallo Hessen. Alles live bis 20 Uhr. Jenny Siegler, das hessenschau-Team und ich, wir freuen uns ganz, ganz dolle. Wetter soll nicht so gut werden, aber kriegen wir schon hin. Geil, Laune ist gut. 22.15 Uhr nochmal die späte hessenschau. Ja, und jetzt kommt das hessenschau-Wetter mit Tim Frühling, der Mann, der einen so schönen Namen hat im heißen Sommer. Also, bis morgen. Machen Sie es gut. Ciao. Machen Sie es gut. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020